Die Wahltrott Marzius und mich verbindet ein von den Medien verlierender Ehrentitel. Sie ist die Franchise-Päpstin, ich bin der Reparaturpapst. Wann er als Reparaturfranchising machen will, ist es doch wohl klar, dass sich Papst und Päpstin in eine Kooperation begeben. Das haben wir getan und haben von der Systemerstellung, vom Systemaufbau bis hin zur Verbesserung unseres Franchise-Handbuchs in vielerlei Konstellationen zusammengearbeitet. Ich bin begeistert, ich hoffe Syncon ist auch begeistert. Wir schaffen gemeinsam das, was die Welt jetzt dringend braucht, nämlich den Aufbau einer Reparaturinfrastruktur in ganz Europa.